So, ich habe einen Betrag von 3.800 Euro und 7 Jahre Zeit. T gleich 7 Jahre und die lege ich an mit Zinseszins. Der Bankberater sagt mir, ich bekomme nach 7 Jahren 5.171,27 Euro raus. Die machen das wirklich gern mit diesem Centbetrag und dann ist er ganz begeistert. Und die Frage ist hier nach dem Zins, Fragezeichen. Das macht man eigentlich immer gleich. Ich habe so eine Formel, Kapital von T, also Kapital zur Zeit T ist K0, Kapital mit Start mal irgendeinen Wert, zum Beispiel A hoch T oder X oder sonst irgendwas. Das Besondere bei der Aufgabe, das ist gesucht. Hier steckt der Zins drin. Gut, ja, ich mache es mal mit Zahlen. So, 3.000, nein, hier. 5.171, 5.171 ist 3.800 mal A hoch 7. Und ich teile durch die 3.800 und mache dann die siebte Wurzel. Und dann bekomme ich mein A. A ist die siebte Wurzel aus 5.171 dividiert durch 3.800. Ihr gebt im Taschenrechner, gebt ihr ein, irgendwie, hoch ein Siebtel und dann habt ihr die siebte Wurzel. So, und da kommt für A raus, ich schaue nach, wo ist ja meine Aufgabe 11? Ja, 1,045. 1,045 und das da hinten ist dann der Zinssatz. Weil, also, der 1er steht für die 100%, die ich, das ist mein Geld, das kriege ich wieder, das hoffe ich zumindest. Und die 0,045 sorgt für Wachstum, das heißt also Antwort 4,5%. Das sagt uns zwei Sachen. Erstens, das Buch ist alt. Buch ist alt, so viel kriegt heute keiner mehr. Und zweitens, der Bankberater hat ein bisschen beschissen. Weil die, das machen die immer. Die erzählen, wie viel Geld man hat. Und was vergessen sie? Die Inflation. Inflation. Das heißt, man kriegt wirklich 5.100 Euro raus, aber dafür kann man sich nicht so viel kaufen, wie man für 3.800. Ne, also man kann sich nicht so viel kaufen, wie man heute für 5.000 sich kaufen könnte. Allerdings, bei 4,5% bleibt trotzdem was übrig und das ist eben jetzt anders. Also jetzt muss man ja froh sein, wenn es nicht weniger wird.